jo leute was geht euer era ist wieder back und ja leute heute ist das letzte video sonst in einer woche wieder wenn ich von der klassenfahrt kommen gibt es wieder ein neues video wie die klassenfahrt war und so bla 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 aber lasst euch überraschen und ja leute aber das wird jetzt nicht so ein kleines info video oder ankündigung also es wird schon eine ankündigung sein und diese ankündigung gefällt euch locker und wenn euch die so gefallen hat lasst erst mal 10 bis 20 likes da ich hoffe weil es kommt wieder eine mega verlosung also leute ein spotify ein mechster wir sagen zwei mechster zwei netflix und ein dieser und das sind alle multimedia accounts und die verlose ich wenn von der klassenfahrt wieder kommen nach einer woche später also wenn ich zurückkommen dann noch eine woche ein bisschen chillen und so weiter und so fort bis bescheid und dann schreibt jetzt wenn ihr was haben wollt hashtag spotify hashtag dieser hashtag mechster oder hashtag netflix leute oder watch ever watch ever kann ich auch gerne verlosen bei netflix geht nicht mehr also schreibt lieber net net netflix sondern hashtag watch ever watch ever was genauso wie netflix nur ein bisschen besser und ja leute ciao haut rein 20 bis 10 likes da lassen wenn es euch gefallen und schreibt in den kommentaren leute ciao haut rein